Funcial auf Madeira. Die Stadt ist ein lebendiges Pflaster und gerade für die Kreuzfahrttouristen bietet sie viele Sehenswürdigkeiten auf engem Raum, wie zum Beispiel den Markt unweit des Hafens. Hier spielt sich täglich das Leben ab und angefangen von frischem Gemüse über Blumen bis hin zu Fleisch und Fisch findet man hier viel Typisches von der Insel. Ein bisschen schlendern durch die Gassen, der Markthalle und die Eindrücke wirken lassen. Der Tipp für nach dem Marktbummel, die Weinprobe. Nur zwei Straßen weiter. Den berühmten Madeira-Wein sollte jeder probiert haben.